hiermit möchte ich mich von allen inhalten distanzieren die ich jetzt gleich sagen wir in welcher form auch immer es ist alles politische satire und trotzdem ist mir das video unendlich wichtig weil mich nervt das sowas von an wie insbesondere auch im netz die debatten sich immer weiter radikalisieren und die positionen sich immer weiter hoch schaukeln deswegen möchte ich in diesem video die position dieser beiden extremisten zerstören extremisten höre sich einer diesen schlappschwanz und systemlemming an du weichgespülter hirngeschissener vollidiot extrem ich doch nicht schaut ihr doch lieber mal die ganzen ausländer an die flüchtlinge kommen ja her und verbreiten den islam kriegen haufen kinder ich sage da alle raus aus deutschland allesamt deutschland den deutschen diese ganzen kriminellen faulen ausländer ich wünsche mir eine zeit wo deutschland den deutschen gehört und es wieder wie früher ist wo man nachts auch auf die straße gehen kann mein naziradar ist gerade angegangen habe ich hier irgendwo deutschland den deutschen gehört also du bestätigst wieder mal alle vorurteile alter weißer mann unterdrücker ja es waren immer die alten weißen männer die irgendwie die anderen unterdrückt haben die intolerant waren wir alle drei eigentlich per se sind unterdrücker durch unsere geburt sind wir zugehörig zur unterdrücker klasse nämlich den weißen männern schon als weiße deutsche sind wir unterdrücker das müssen wir uns erstmal bewusst machen ja rassismus kommt schon immer von den weißen rassismus hat eine farbe nämlich weiß unsere farbe ja wir sind schuldig dass wir uns über andere länder erhoben haben und die herrschaft der weißen errichtet haben und wir müssen uns davon frei machen wir müssen wog werden alter wog um zu sehen dass dieses unterdrücker system auch heute noch greift und wir per se eigentlich schuldig sind und wir per se privilegiert sind wer erstmal wog über deine privilegien alter dann können wir die welt besser gestalten ja also um ehrlich zu sein leute ihr seid beide rassisten ja einer wie der andere ihr beurteilt menschen nach ihrer hautfarbe und nach ihrer herkunft und nicht nach ihren taten und das nervt man ja ich habe noch nicht ein wort gesagt und schon bin ich der täter wie sehr sehne ich mich nach einer gesellschaft die menschen nicht nach ihrer herkunft und ihrem geschlecht beurteilt weder positiv noch negativ sondern einzig und allein durch ihren charakter und ihre taten das finde ich macht eine liberale gesellschaft aus dass jeder mensch individuell nach dem beurteilt wird was er tut und was er kann aber gucke dich doch mal in den ländern um mit den ganzen moslems und schwarzen da geht es viel schlimmer zu mehr gewalt mehr korruption mehr kriege mehr armut die sind einfach nicht in der lage sich eine ordentliche zivilisation aufzubauen wie wir zum beispiel aber hörsch mal dass diese länder so kaputt sind das ist unsere schuld die schuld der westlichen europäischen zivilisation von der kolonial von der kolonial zeit angefangen bis heute heute durch den turbo kapitalismus beuten wir diese länder aus wir sind schuld am elend der gesamten dritten welt ja leute können wir mal ein bisschen differenzieren erst mal nicht jeder mensch in arabischen ländern ist korrupt oder kriminell ja und es gibt auch viele länder die haben eine starke entwicklung gemacht nachdem sie aus der kolonial zeit entlassen wurden ja nicht nur in südostasien auch einzelne länder in afrika haben sich gut entwickelt seitdem die kolonial zeit verweist und mann nicht jeder scheiß sack reiß der in china umfällt ist unsere schuld hier es ist genauso eurozentristisch wie der typ da drüben ja wir sind nicht der mittelpunkt der welt und nicht die besten der ganzen welt und sorry wir sind nicht an allem scheiß schuld jeder hat eine eigenverantwortung mann um es mal auf den punkt zu bringen es gibt genug deutsche vergewaltiger und auch schwarze lesbische behinderte können ein arschloch sein aber vielleicht muss ich dir noch mal sagen es gibt genug nette menschen gute menschen mit einer anderen hautfarbe als die die du hast man naja der isaq vom fußballverein vielleicht gerade so du scheiß rassist also ich meine er kennt wenigstens ausländer das muss man ihm zugute halten ne also ich frage mich wann hast du das letzte mal bei einem ausländer am tisch gesessen man ja also ich war beim indischen und syrischen und italienischen restaurant äh auch letztens beim vietnamesen also ich würde sagen ich kenne mich da sehr gut aus äh auch letztens war ich beim lübjer essen sehr gute küche muss ich sagen ja ich meine genau das meine ich ja du gibst dich mit den leuten privat auch bloß nicht ab und hängst in deiner bio deutschen blase ab naja super die sind ihm auch viel zu eklig nicht wahr du scheiß rassist dein ernst ey mann sowas wie du das darf man gar nicht sagen du bist doch ein lehrer ja ich melde das beim landesamt für bildung und schule dass du rassistische einstellungen hast du nazi du darfst nie wieder in den schuldienst und solche wie dich du linke socke sollte man niemals auf die deutsche jugend loslassen lehrverbot für immer jetzt mal zur meinungsfreiheit ja ähm erstens meine kritik sollte euch zum nachdenken bringen und nicht dazu redeverbote zu erteilen und ich werde für eine gesellschaft kämpfen in der jeder sagen kann was er denkt selbst wenn es so ein schrott ist wie die beiden ohne maulkörbe besonders wichtig ist mir auch die wissenschaftsfreiheit dass man forschen kann zu jedem thema ergebnis offen nehmen wir noch mal ein beispiel nehmen wir das beispiel ein wissenschaftler forscht über homosexuellen und frauenfeindlichkeit unter marokkanischen einwanderern du wirst die forschung gar nicht zulassen weil du sagst das darf gar nicht sein und ich finde man muss da ergebnis offen rangehen und wenn rauskommt ja unter marokkanischen einwanderern gibt es dezidiert eine höhere statistische signifikanz für frauen und homosexuellen feindlichkeit da muss man politische antworten finden und du mann musst dann trotzdem differenzieren sagen nicht jeder marokkaner ist irgendwie eine gefahr sondern es gibt da einen höheren prozentsatz da gibt es genügend marokkaner die dann anders drauf sind und da muss man wirklich immer differenzieren aber muss die frage auch zulassen mann genau alle ausländer raus aus deutschland den ganzen moslems die hierher kommen schau mal wie die ihre frauen unterdrücken hast du mal gesehen hast du mal gesehen hast du mir überhaupt zugehört mann ne jetzt mal stopp ihr verweigert frauen elementare rechte wie jene islamisten die ihr hier kritisiert und indem ihr abtreibung verbieten wollt verweigert ihr frauen elementare menschenrechte abtreibung ist mord ihr scheiß linken ihr seid blutige mörder abtreibung meint den volkstod ja kinder hast du selber aber keine noch mal so zum thema volkstod volkstod hier leute abtreibung ist menschenrecht frauenrecht es sollte straffrei werden sagen wir bis zur geburt darüber hinaus hey leute können wir mal ein bisschen abrüsten hier wir haben einen lange verhandelten gesellschaftlichen kompromiss der zwischen zwei elementaren grundrechten und grundwerten in kompromiss findet auf der einen seite das recht des kindes auf leben das gilt und auf der anderen seite das recht der frau auf selbstbestimmung deswegen ist dieser kompromiss so schwierig der sagt jede abtreibung gilt als tötung weil ein leben zerstört wird und trotzdem zwingt man nicht jede frau gegen ihren willen das kind auszutragen unter bestimmten voraussetzungen am anfang der schwangerschaft und dann muss sie in eine beratung gehen wo das auch das ziel ist für das leben eine chance zu finden und das muss man auch sehen dass man für das leben eine chance findet und trotzdem ist es so wenn man abtreibung verbietet macht man die frauen die dann heimlich abtreiben zu helden so wenn es erlaubt ist sind die helden die sich für das leben entscheiden dem leben eine chance geben ich sage abtreibung ist holocaust an babys also ich dachte immer holocaust wäre eigentlich so euer ding gewesen was ist eigentlich mit dem holocaust an millionen baby kücken nur damit wir gut und billig fleisch kriegen man nur weil die das falsche geschlecht haben werden die geschreddert nur für euren wohlstand dass ihr billig eier und hühnerfleisch kriegt das interessiert euch nicht scheiß man man scheiß auf die kücken menschenleben sind wichtiger ihr doofen nazi veganer tiere retten aber menschen töten ja merkt ihr ihr seid beide total ideologisch ja bei euch zählen nur tierleben leben von ausländern und frauen und bei euch zählt nur das leben von babies wenn sie deutsche sind ja euch geht es doch gar nicht um kindermann oder um babies oder um menschenrechte euch geht es doch nur um deutsche kinder aber ihr vergesst doch zum beispiel wenn bei eurer frauenrechtsrede 80 prozent der babies die weltweit abgetrieben sind sind mädchen insgesamt müssen wir für eine gesellschaft kämpfen die offen ist für das leben und für familien platz hat und ich trage versuch dazu meinen kleinen beitrag zu leisten und warum gibt es kein geld für mich und meine deutschen kinder wegen der ganzen scheiß ökosteuern benzin steuern und eure vegane klimagerechte scheiße ihr linken säcke deswegen und und euren mein diesel wollt ihr mir auch noch nehmen dass du keine kinder hast das hat man vor uns schon mal geklärt also ich meinte meine theoretischen kinder die ich irgendwann mal mit einer guten deutschen frau haben werde lass mich raten du verzichtest auf kinder weil die welt viel zu schlimm ist um da kinder reinzusetzen nicht wahr also ich hoffe von herzen dass du scheiß nazi mal nie kinder bekommst und ich verzichte natürlich der umwelt zuliebe der ökologie und des planeten zuliebe auf fortpflanzung ich finde jeder mensch der nicht geboren wird ist eine verbesserung für den planeten und ein beitrag zum stopp des klimawandels stop getting children mother earth will thank you wenn du ehrlich bist wirst du nur deshalb keine kinder um deinen hippen coolen lifestyle weiterleben zu können und dich nicht einzuschränken ja und das öko argument ist ja doch nur eine ausrede jetzt noch mal zu diesen ganzen scheiß linken system block parteien diesen verbots parteien na ich werde immer mein diesel fahren egal was ihr sagt klimawandel den gab es schon immer ihr macht einen hype drum ich werde immer diesel fahren mein wagen fährt dieselmann scheiß zwangs verbots fantasien von euch linken socken na wegen euch wird unser planet völlig untergehen ja unsere ganze technik zerstört die welt es ist schlimm wir menschen sind der parasit wir sind die krankheit man ja wir sind dreck ne 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 ich wette hättest du vor 100 jahren gelebt du hättest gesagt niemals werde ich in ein auto steigen ich werde immer pferdekutsche fahren ja da geht es doch mal um fortschrittsfeindlichkeit aber bei dem ist es ja nicht groß anders können wir mal ein bisschen fortschrittsfreundlicher sein ja und sagen okay es gibt den klimawandel lasst uns da technische lösungen forcieren lasst uns gucken wie wir mit guter technik die menschheit voranbringen und an die zukunft glauben nicht nur zeug verbieten und einfach mal vorangehen aus der pferdekutsche zum auto zum e-auto zu was weiß ich für ein zeug aber einfach mal vorangehen man na wir müssen den klimawandel innovativ lösen und ich wette in 20 jahren sagst du ich bleibe in meinem e-auto sitzen ich werde immer ein e-auto fahren ich will die neue technik nicht und du sagst e-autos sind ganz gefährlich für die umwelt hätten wir das mal damals schon gewusst was wir übrigens wissen aber nein einfach mal vorangehen ich zum beispiel ich habe in solarzellen investiert und ich denke in 20 jahren fahre ich irgendeinen wasserstoffhybrid weil ich an die zukunft glaube an unser volk an meine familie und weil ich sage ich will bewusst in die zukunft gehen und nicht denke die welt geht unter wegen dem flüchtling oder die welt geht unter wegen klima ja wir haben probleme aber lasst sie uns anpacken das ist liberal das ist die mitte liebe zuschauer ich wollte niemanden der ein kleines bisschen rechts oder ein kleines bisschen links tickt hier irgendwie verächtlich machen ich wollte nur zeigen dass wenn die positionen sich ins extreme steigern dann kommen wir als gesellschaft nicht weiter und dann wird es gefährlich dann wird es auch einseitig und ich denke auch dass gute lösungen in der politischen mitte geschmiedet werden und dass wir kompromisse finden müssen und vor allen dingen nach vorn gehen und nicht zurück und deswegen werbe ich dafür dass wir gucken in politisch klugen und gemäßigten positionen uns wiederzufinden und uns nicht in hasserfüllten ideologischen streiten zu verlieren deswegen wünsche ich euch bleibt klar stay calm und keep the middle way freut mich! schnack fern schnack 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 schnack